Seit meiner letzten Ansprache hat sich die Umfragelage für unseren freiheitlichen Ukraine-Einsatz noch weiter verschlechtert. Darum wende ich mich heute erneut an Sie, meine Damen und Herren. Die Medien bei uns haben dankenswerterweise aufgehört, das mit dem Antisemitismus in der Ukraine weiter aufzubauschen. Denken wir an den Oberrabbiner dort, diesen Moschee-Assmann, der da ständig die Propaganda rührte. Bis die Bild-Zeitung ihn als Pro-Rissen entlarvt hat. Sicher wurde der Rabbiner Cohen zusammengeschlagen, aber der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, bewahrte staatsmännische Weisheit und schwieg. Und steckte für sein Schweigen sogar die Kritik der Zeit ein. Aber dann sprach er doch. Vitali Klitschko, sagte er der Bild-Zeitung, sei ein Kraftpaket an Zivilcourage. Und Klitschko ist ja auch ein Partner des rechten Sektors. Also sollten wir auch das mit dem Antisemitismus runterkochen. Die rechten Milizen sind eigentlich nichts als nur gut abgerichtete Demokraten. Und die könnten, meine lieben Landsleute, auch einmal für uns von großem Nutzen sein. Für sie nämlich, meine lieben Steuer- und Stromzahler. Wenn überall auf der Welt gegen Fracking demonstriert wird, högen Grundwasser und so. Und wenn durch diese Proteste die Energiekosten ins Unbezahlbare steigen, dann hätten wir Deutsche ja direkten Zugriff auf die riesigen Schiefergasvorkommen in der Ukraine. Und vielleicht ja auch in Russland. Und die Milizen der Swoboda-Partei würden uns dann den Rücken frei halten, wenn fundamentalistische Öko-Freaks, unser Schiefergas, also das in der Ukraine, das Fracking lahmleben wollen. Unsere Energieversorgung ist so wichtig wie unsere Geldversorgung durch die geretteten Banken. Wenn jetzt der Chef der EZB und frühere Goldman Sachs-Bankier Mario Draghi die Leitzinsen um weitere 0,1 Prozent senkt, dann heißt das zwar, dass wir Sparerinnen und Sparer gar keine Zinsen mehr bekommen. Aber wir tragen damit alle solidarisch pro Jahr mit 21 Milliarden Euro zum Erhalt unserer großen Banken bei. Statt viele kleine Sparer auf dem Globus, endlich wenige starke Finanzstandorte. Sehen Sie, meine lieben Landsleute, und darum ist ja auch das transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA in Wahrheit auch volle Kanne globalisierungskritisch. Dann wird die Verwertung von Gas, Kohle und Öl natürlich nicht mehr globalisiert, sondern transparent in wenigen Händen konzentriert. Nicht mehr da ein paar Gasgewinne für dahin siechende Indios wie in Bolivien, da ein paar Öldollars für kommunistische Lehrer wie in Venezuela. Dann wird Schluss gemacht mit dem nationalen Egoismus, mit der Zerfledderung in zigtausend kommunale und dezentrale Energieversorgungen. Dann wird Bolivien zum Maidan, Caracas zum Maidan, Moskau zum Maidan, damit endlich die Gewinne aus Gas und Öl auf dem Globus nicht mehr provinziell verstreut werden, sondern professionell konzentriert unter der Aufsicht von wenigen kreativen Managern in Washington, in London oder eben vor allem auch bei uns. Dann ist Schluss mit der populistischen Beliebtheitsmasche lateinamerikanischer Diktatoren, wo staatliche Gelder für die Armen nichts anderes sind als Investitionen in die Vergangenheit. Sicher, das klingt hart, ist aber marktwirtschaftlich erwiesen. Was hat die Wirtschaft dort davon, wenn ein paar heruntergekommene Indios ihre Graswurzelgesänge auch noch aufschreiben können? Wenn gleichzeitig aber keine Investoren mehr ins Land kommen und die Börse Dauersierster macht. Während der Kartoffelkäfer und der Maiszinsler überall Fiesta feiern, weil Monsanto seine Gen-Patente dagegen nicht einsetzen darf. Und Deutschland bleibt vielfältig. Wir brauchen weder Angst zu haben vor dem Gen-Mais noch vor dem transatlantischen Freihandelsabkommen. Im Norden bleibt es dabei. Bockwurst mit Weißbier. Und im Süden Weißwurst mit Bockbier. Und den Öko-Fanatikern mit ihren regionalen Kreisläufen rufe ich zu, Think Locus, Eat Globus, werdet endlich international. Wozu wollt ihr einen deutschen Apfel? Wollt ihr den Apfel jetzt essen oder mit ihm sprechen?